hallo ist martin von money monkey ist dass die laksanlösung für donnerstag den 7.09.2023 und unser dags hat sich naja nicht so richtig getraut weiter vorwärts zu kommen wir haben durchaus bemühungen gesehen wieder stabilisierung ein bisschen höher wieder zu kommen und so weiter und so fort aber das war ein bisschen nervig sogar schon fast muss man ja sagen also wir sind früh recht schwach runter gegangen wir hatten darüber gesprochen wir haben uns unterhalten was müsste machen positiv zu reagieren wir haben gesagt um positiv zu reagieren grühe am besten 47 57 gleich von dort gibt klos grüne stunden kerze feuer frei nach oben dann hätte richtung 29 laufen können das war es nicht ja das ist mit jedem zucken nach unten ist das mehr klar geworden das wird kein positiver tag ja aber man muss auch sagen hat nach unten hat auch volle möhre seine 670 700 und verteidigt halt na also wirklich er hat sich mühe gegeben was eben aber auch bestätigt das was wir die was ich gestern insbesondere auch gesagt habe diese art wie wir fallen halten dieses korrektive dieses immer wieder stößhafte zurückkommen das ist eigentlich untypisch für eine beschleunigung oder für eine starke trendströmung auf der unterseite wo dann letztendlich auch noch platz wäre ich sag mal vielleicht sogar sowas noch mal zwischen zu schieben ja noch noch so also quasi von hier unten betrachtet dass man sagt okay dann ist das alles vielleicht einfach aktuell eine aktive bewegung macht er noch mal sowas macht sowas und dann kommt hier wieder irgendwie was impulsiv ist das wäre grundsätzlich aus der aktuellen bewegung heraus noch möglich deswegen möchte ich mich auf jeden fall die nächsten tage auch weiterhin oben immer ein bisschen im blick behalten ab wo sollte man vielleicht auch ein bisschen long mit angucken damit nicht oben bei 16.000 hat alle dastehen und sagen ach scheiße jetzt ist er doch wieder so hoch gestiegen habe ich gar nicht mitbekommen und deswegen das muss so nicht kommen kann auch nach unten jetzt raus beständigen aus bewegung und fragen aber das hält ich träge dass das kommt hier hat ja nicht viel vortrieb ankommt und man kann nicht sagen dass viel stärker drin ist das ist auch und definitiv so aber unten raus wird es halt immer müder na auch jetzt guckt man das vortag ist tief waren bei keine ahnung 6 96 695 was war sie 795 und 795 hat man das kann stimmen sich verguckt low ist 6 91 was vortag ist tief und wo sind wir jetzt hier in der spitze gewesen knapp über 670 wahrscheinlich 6 76 volt tief ja es sind knapp 20 punkte die da irgendwo dazwischen liegen das heißt nicht unbedingt ein preis mit dem man hier irgendwo was ernten kann auf der oberseite natürlich auch nicht wirklich was gerissen hat gerade mal das gap zugekriegt und zurück also schwierige situation noch sehr seitwärts lastig noch sehr an den marken der letzten wochen hängen aber auch das eben das genau das was wir wirklich letzten tage immer wieder im video auch besprochen haben rechnet er damit dass der runter sticht wieder erholt und wie haben ich glaube hier oben oder hier sogar schon haben gesagt lieber unten raus das neue tief für den teilverkauf nutzen rücklauf abwarten und wenn der rücklauf eintritt wieder ein short suchen wieder am neuen tief verkaufen rücklauf abwarten neuen short suchen also hatte ich es vor ein paar tagen vorgestellt so würde ich eher vorgehen und man sieht jetzt auch warum halt das da darf das einfach von der untergeordneten struktur passt es noch nicht wie gesagt er kann stress noch aufbringen aber bereitet euch eben auch geistig moralisch gut darauf vor dass ja auch noch so eine dritte aufwärtswelle in der in der korrektur bewegung reinkommen kann und selbst bevor er noch mal richtig verhauen wird ja also das würde dem überhaupt nichts abtun wir können glaube ich auch langsam jemanden abwärtstrend linie mit reinnehmen ein bisschen beobachtung halten gerade wenn er jetzt so langsam wird irgendwann fängt er an sich seitwärts raus zu schlafen gilt dann aber trotzdem als trendbruch und sowas muss man trendbrüche im dach sollte man immer ernst nehmen das ist wie doppelböden na sowas zündet der eigentlich immer und deswegen lassen wir die mal kurz mit drinne liegen können vielleicht hier auch schon mal ein bisschen den trigger mit hochziehen und sagen also von hier hätte an sich eigentlich auch noch mal gutes potenzial deutlich höher wieder zu kommen also kann man fast sagen hier auch richtung 16.000 noch mal zu kommen ansonsten werden unten die nächsten weiteren die stationen hier dann ja klar bei 550 haben da noch mal runter geht und ansonsten geht es unten dann eben auch tiefer wenn ihr die tiefs auch mal nicht mehr halten und vielleicht auch mal mit ergänzen haben wir ein paar striche trainer hier so punkt ja also donnerstag bräuchten wir über der trendlinie über 87 damit er wieder 840 aktiviert kriegt hatte 840 im kasten ist eigentlich schon in der trend umkehr definitiv drin dann ist die abwärts bewegung beendet also oberhalb von 840 850 wird der markt deutlich positiver dann kann sich bis 16.000 und und höher auch aufdrehen 16 1 20 16 2 50 das wären mögliche bewegungsziele für wenn hier noch mal noch aufwärts kommt ja noch also das ist die erste dass die zweite aufwärtsbewegung der möglichen erholung und dann könnte vielleicht noch eine dritte aufwärtswelle der erholung reinstehen das wäre zwar trotzdem korrektiver natur also es ist kein kein trendwechsel impuls und sowas aber ja ich glaube ihr habt verstanden was ich sagen will über 87 stundenschutz über 87 könnte sich einleiten hier noch mal an die 840 850 zu gehen kann sich darüber behaupten ist nach oben dann richtig platzfrei dreht er sich unterhalb von 87 wieder runter rote stundenkerzen im oberen bereich oberhalb des tagesschlusskurses rote stundenkerzen oberhalb des tagesschlusskurs bereiches die nicht per stundenschutz über 87 liegen hätten eher die tendenz aber wieder komplett runter zu laufen ja wieder runter auf die 700 die hat er nur oft genug gespielt und im bereich unter der 700 auch ein bisschen auf grünen stundenkerzen achten ja gerade wenn neues tief wieder angestochen wird nur ganz marginal ganz klein ganz kring der hat da direkt eine grüne stundenkerze könnte eigentlich euch auch fast darauf einstellen dass von dort wieder komplett zurückläuft und vielleicht sogar bis zu 87 zieht na also da ein bisschen hingucken was ich nicht machen würde wäre wenn rote stundenkerzen kommen schon vorzeitig irgendwie lang gegen zu worten das ist wie wie oben auch auf grünen stundenkerzen würde ich auch nicht direkt frontal schorten gegen schorten im dachs zum donnerstag wir kennen unseren dachs donnerstags dann kann auch mal ein bisschen strecke machen und solange der da auf roten stundenkerzen steht würde ich mich nicht gegen stellen genauso wie ich mich nicht oben gegen stellen würde wenn er nur grüne steht dann einfach laufen lassen bis dann irgendwann die ersten konterkerzen kommen und solange die kommen kann er kann er machen was er will also da hat er donnerstags genug bewegungsgewalt braucht man marken eigentlich auch gar nicht großartig durchkauen die sind alle unverändert ihr kennt das und von daher mache ich hierzu wünsche euch gutes gering übrigens ich habe die messe noch nicht geschafft ich bin heute aus dem krankenhaus entlassen geworden und hat ein paar sachen haben nicht geklappt zwar dann doch ein bisschen zeitlich aufwändiger auch hier jetzt erst mal im wiegealterhaus mich zurecht zu finden zuhause kann ich nicht wohnen das ist nicht rollstuhl kompatibel bin jetzt bei schwiegereltern untergekommen und da muss jetzt ja auch noch ein bisschen was gemacht werden und deswegen will ich absolut heute nicht zugekommen irgendwelche mails zu beantworten mache ich aber dann garantiert morgen versprochen und kriegen auch die ganzen seminar anfrage endlich dann ihre antworten manche die haben schon dreimal nachgefragt schon viermal nachgefragt ihr kriegt eure antwort morgen mache ich dann alles zusammen und von daher ich wünsche euch spaß gutes gelingen und uns morgen wieder bis dahin tschüss ja x Untertitelung des ZDF, 2020